So, war das mit 900 CW und ja, ich habe gestern ein Video-Tour gemacht, was ich jetzt im Moment nicht mehr vorhabe, aber ich dachte mir so, man kann trotzdem ein bisschen weiterschauen, was man sonst noch so machen kann und ja, ich meine, ihr wisst ja, ich bin jetzt momentan schon kurz vor Angel Rank 100 und ich meine, das war eigentlich nie wirklich der Plan, so weit zu leveln und ich dachte mir so, ja, 80 bin ich zufrieden und dann dachte ich mir, naja, gut, okay, 90 geht eigentlich auch noch relativ schnell. Also mit Colosseum und so und ja, dann ging halt 90 auch irgendwie vorbei und dann ging es immer mehr in Richtung 95 und ich überlege halt momentan so, ja, gut, kannst du ja machen und genau. Ich habe mir auch noch ein bisschen Gedanken drüber gemacht über Dungeons. Ich habe jetzt mit Alu generell mal geschaut, was momentan auch so lohnt und was halt vielleicht nicht mehr so lohnt. Also Blast, äh, der vorhin kann man auf alle Fälle sagen, lohnt sich im Prinzip eigentlich überhaupt nicht mehr. Ähm, ich meine, das wertvollste Teil hat einen Wert von 30 Perin, das ist, äh, ja, was soll man sagen? Und man muss dazu sagen, wenn man jetzt wirklich genau ein Teil farmt, dann liegt die Chance bei 7,5 Prozent. Also, ich denke mal, man kann sagen, lohnt nicht so direkt. Also, ja, keine Ahnung. Zumindest momentan nicht. Äh, Cursed Duffring, die Cracky-Teile sind momentan ziemlich teuer geworden, 80 Perin ungefähr. Und auch die Schmuckteile für Cracky sind bei bis zu 100 Perin sogar. Also, das ist wirklich krass. Und ich denke halt wahrscheinlich mal, dass es eher in die Richtung dann gehen wird, wo man halt wirklich sagen kann, jo, das macht Sinn, äh, ja, und so. Wisst ihr? Okay, ähm, zum Thema Leveln. Ich wüsste, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt mit diesen Änderungen. Ich habe letztens schon dieses Powerboost-Video geüploadet. Und, ähm, ja, also es ist eigentlich, es ist eigentlich recht interessant, muss ich sagen. Ähm, ich finde es eigentlich sogar sehr interessant. Und was wirklich cool ist, dass man jetzt eben, wenn man zumindest allein levelt, eben, äh, auch keine vorlieben Party mehr braucht. Äh, also, sorry. Kommt nicht an das Thema im Prinzip. Äh, die haben die Partys nochmal verändert, nach dem Ganzen, nach dem Powerboost-Video und so weiter. Und zwar braucht man so noch vier Füller für vollen Link-Damage. Das heißt, man braucht eben keine acht Charaktere online holen, wenn man selbst füllen will, sondern nur noch vier. Das ist relativ cool. Und, ähm, ja, was natürlich EXP anbelangt, normalerweise, wenn man jetzt mit Leto levelt, bräuchte man eine volle Party. Da aber die EXP ja nicht durch die Party durchlaufen, in Anführungsstrichen, wenn man jetzt allein levelt, braucht man natürlich keine volle Party. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel allein ins Kolossium geht, zum Leveln und Farmen, äh, dann braucht man definitiv keine acht Füller dafür, dann reichen vier. Ah, kurz mal was trinken. Pff. Ah. So. Genau. Ähm, ist halt relativ nice, weil ich mein, Kolossium ist eh immer ziemlich laggy, oder, oder, ja, FPS sind zumindest nicht gerade so hoch. Und in dem Fall ist es halt dann recht nice, dass man halt einfach dann nicht hier mit acht Charakteren und 20 FPS noch so rein muss. Das ist übertrieben, aber, ähm, ja, ist halt, ist nice. Ja, ähm, das ist definitiv schon mal wichtig, also, ich mein, ich hab bisher immer mit acht Charakteren gefarmt, also, war halt mit acht Charakteren eine Party drin und online und so weiter, und ist natürlich schon echt eine riesen Erleichterung, wenn man einfach weiß, okay, man kann eben auf vier Fenster verzichten, hat mehr FPS und hat natürlich auch weniger Arbeit, die online zu holen. Ja, ähm, also, das ist definitiv schon mal eine wichtige Info, und, äh, ja, wenn ihr, wenn ihr da eben jetzt spielt, solltet ihr das schon, euch Gedanken drüber machen, ob man dann tatsächlich eine volle Party braucht, oder ob jetzt euch tatsächlich die Arbeit macht, das ist da, wie gesagt, vier reichen, definitiv, und, ähm, ich finde, das macht auch ein bisschen, macht es auch ein bisschen einfacher dann vielleicht für andere Spieler, für neue Spieler, die halt eben hier noch nicht lang sind, ähm, zu leveln und, beziehungsweise zu farmen, je nachdem, und ich denke generell, dass es eine relativ gute Erinnerung ist. Ähm, genau, was ich mir noch gedacht habe, wegen Dungeons, ja, ich sag mal so, ähm, Dungeons, Punkt. Nee, also, äh, ich habe mir angeschaut, was BH-Mod-Sachen momentan so wert sind, ich meine, die Preise sind noch immer ziemlich im Keller, und natürlich braucht man auch neue Spieler, um neue Waffen zu verkaufen, ähm, bestehende Spieler kaufen halt einfach dann nur noch die fertigen Waffen, mit Zockel, Awakes, Upgrades, Bloodbane, was auch immer, und, das ist natürlich jetzt schon, ein bisschen ein Problem, wenn man jetzt eben, ähm, das Zeug farmt, deswegen, ich denke mal, ich meine, der Wert von diesen Dingen ist momentan okay, sag ich jetzt mal, der ist jetzt nicht total beschissen, aber halt, dass man das Zeug verkauft, glaube ich, ist schon relativ schwierig. Also da denke ich jetzt halt mal, muss man schauen, eventuell macht es Sinn, wenn man Solo farmt, aber vielleicht auch nicht, deswegen, hm, bin mir nicht so ganz sicher. Kann sein, kann auch nicht sein. Ja, genau. Jetzt blinkt mein Handy hier auf. Ich brauche das jetzt eigentlich nicht. Okay. Irgendwas Wichtiges hier noch? Nee. Okay. Gut. Ähm, sorry. Ich war ja gerade noch mal schnell am Handy. Ähm, genau. Also ich muss das sagen, ich weiß nicht genau, wie lange es noch Season 3 geht. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es schon nachdem, in der Weile gehen wird. Ähm, wie lange genau, warte mal, wann war der Launch? Ähm, Ende Juli, oder? Oder wann war der Launch? Alter, ich bin, ich bin lost. Ich bin wieder mal gekommen, der Lost. Ich glaube, bei G-Top 100 stand das mit drin. Auf der Seite für, oder auf dem Ding. Hier, Season 2. Season 2, 31. Juli. Oha, ich bin sogar gar nicht mal so schlecht. Das heißt, vor ziemlich genau zwei Monaten, knapp über zwei Monaten, das heißt, das Ganze wird auf alle Fälle mal noch über, ja, wie lange wird das noch gehen? Ich weiß es nicht. Also im Monat wahrscheinlich schon noch. Genau. Ja, ich denke mal, Off-Season werde ich jetzt dieses Mal zurückstecken müssen, also zurückstecken wollen werden, weil, ähm, ich sage es euch ganz ehrlich, ich brauche ein bisschen, ich brauche ein bisschen Abstand, ähm, ich brauche ein bisschen Abstand definitiv und ich weiß nicht, ob ich auch Abstand von Live brauche für ein paar Monate, weiß ich jetzt noch nicht genau, ähm, auf alle Fälle brauche ein bisschen Abstand von Zwift Live, ähm, ich freue mich auf alle Fälle riesig auf Season 3, definitiv, und Season 2 werde ich auf alle Fälle auch noch weiterspielen, also keine Sorge, ähm, ich meine, ich weiß, letzte Season habe ich auch schon gesagt, oder letzte Off-Season muss ich sagen, dass ich eigentlich noch den Charakter weiterspielen will, bis ich in Cascada One-Heads mache und eigentlich will jetzt auch den, also den Build-Post, den würde ich jetzt schon an den Punkt bringen, dass er halt wirklich, äh, hier One-Heads farmen kann und ich denke mal, es ist gut erreichbar, ich meine, also das Pad hier bringt man mit 33 int, von maximal 150, äh, 100, 125? 125 int, genau. Das heißt, kann man nochmal fast 100 int rausholen, was richtig gut ist, dann kann man noch die 40 int vom Plus-3-Sticker-Schmuck rausholen, wo ich aktuell jetzt erst, äh, wie viele habe ich da? Fünf oder so, oder sechs int, fünf oder sechs glaube ich habe ich. Ähm, ja, Awakes kann man ein bisschen verbessern und weiß nicht, also halt so in diese Richtung, denke ich mal, kann man auch relativ viel machen und, ähm, ja, genau. Also da würde ich auf alle Fälle mal schauen, dass ich da noch ein bisschen was erreichen kann und, äh, würde ich mich auf alle Fälle drauf freuen, wenn wir das Ganze schaffen und, äh, na klar, ich meine nicht zuletzt Angel Rank 100, ich habe aktuell 114, äh, int durch meine Angel und auf Angel Rank 100 bringt das Ding ja 150, also auch da kann man nochmal, äh, 36 int rausholen und, ähm, ja, also wie gesagt, ich meine, hier 100 int, da 36 int, da nochmal, was was andere noch, was ich gerade erwähnt habe, ich habe es vergessen, ups, sorry, ähm, also, ich glaube da, ich glaube, die ints können wir locker nochmal so um 100 oder 500, naja, 200 wahrscheinlich so ungefähr stärkern können und, ich bin recht zuversichtlich eigentlich, ach genau, Schmuck habe ich gesagt, es werden es nochmal irgendwie, äh, wenn auch nochmal 34 int dann, also ich denke mal, 200 int können wir noch rausholen und uns fehlen momentan eigentlich nur noch 26k damage, glaube ich, je nachdem, also, ja, da bin ich relativ zuversichtlich, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das, äh, das 100 int bringen oder wie viel das 10 int bringen oder wie viel auch immer, ähm, aber ich denke, das, das ist eine Reichweite, das kriegen wir hin und das schaffen wir, genau, Sockle haben wir auch noch hier und da, ich habe auch noch kein Bloodbindschild, äh, Titanbindschild, was auch nochmal einbringen würde, ich habe erst 7 Sockle auf dem Schild, also ich meine, ihr seht, da geht noch einiges und ich meine, der Nackt ist auch nur Angelic plus 3, äh, oder 3, plus 2, keine Ahnung, irgendwie so im Dreh, also auch da geht natürlich ein bisschen mehr, und, äh, ja, also ich bin recht zuversichtlich, dass wir eigentlich dann noch was erreichen werden und ich muss auch sagen, ich freue mich drauf, also jetzt wirklich mal den Punkt erreichen und wirklich One-hatten kann, das ist natürlich schon was, wo man, wo man drauf hinarbeitet, was natürlich geil ist. Und da schreibt meine Katze da draußen, oh man ey, warum müssen Katzen immer so nervig sein? Okay, naja, ich hoffe, die schreien nicht die ganze Zeit weiter, ich hoffe auch, man hört es jetzt nicht, das wäre natürlich jetzt komplett fail, ähm, ähm, ja, ich habe gar nicht drauf geschaut, ich meine, unsere Katzen sind halt immer so drauf, dass sie dann irgendwie auch Sachen mitbringen, ins Haus, und ich muss sagen, ich schaue nicht immer drauf, ob die jetzt irgendwas mit dabei haben, ich meine, ich habe das einmal erlebt, dass ich eine Katze reinlassen habe, das war irgendwann am Abend, und auf einmal war noch ein Tier mit im Haus, was in der ganzen Wohnung rumgelaufen ist, also, äh, irgend so eine Maus, die schon so, nicht direkt halb tot war, sondern eher noch relativ lebendig war, ähm, und, ja, die Katze war total aufgeregt, dann ist die Maus überall durch die Wohnung laufen, oder das Haus laufen, und, es war halt eigentlich mitten in der Nacht alle haben geschlafen, und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das kann das nicht sein, so wirklich dieser, dieser, fast schon dieser Albtraum einfach, weil man halt so denkt, okay, man will leise sein, man kann aufwecken, und dann läuft einfach eine Maus, im Haus rum, und die Katze dreht durch, und, das war, nicht so geil, also, ich meine, das war, das war auch wieder so ein Erlebnis, aber, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, äh, nochmal eigentlich, also, ja, aber gut, ähm, was auch immer, so, ich lasse mir kurz schon die Katze raus, so, okay, ja, ähm, ich denke mal, ich werde auf alle Fälle, wie ja schon gesagt, die nächsten Folgen ein bisschen mit verbringen, mit, ähm, ja, diversen Sachen von, keine Ahnung, Pet-Leveln wird auf alle Fälle mal noch ein Thema werden, Leveln generell, ein bisschen Farmen, Solo-Dungeons, das ist auf alle Fälle mal noch was, und, ähm, ja, also, ich, glaube, das wird noch relativ interessant, ähm, und, ich denke mal, damit kann man auf alle Fälle noch mal die restliche Season jetzt, äh, damit füllen, und, ähm, ja, ich meine, das einzige Ziel, was man eben hat, also nicht das einzige, aber halt das Ziel, was ich momentan habe, ist, Angel Recon 100 und One Hits in Cascada, und ich muss sagen, wir haben jetzt eine Monate für Zeit, etwa, oder wahrscheinlich sogar ein bisschen länger, weil normalerweise wird das Seasonende ja immer so mindestens vier Wochen vorher angekündigt, und dann kommt jetzt erstmal noch eine Umfrage und so weiter, also deswegen, ich denke mal, dass, äh, Season 2 vielleicht ein bisschen länger laufen wird, und, mal schauen. Auf alle Fälle, ich meine, es ist ein gutes Ziel, das können wir erreichen, es ist kein komplett verrücktes Ziel, was wir sowieso nicht erreichen können und so, also das ist wirklich gut erreichbar, und, äh, ja, ich muss sagen, äh, ich freue mich drauf, also das, denke ich mal, wird, äh, wird ganz nett werden. Ja, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal.